Servus. Hi. Oh, guck mal, der ist ja noch in und er kämpft. Ich nehm das Fass hier mit. Wie heißt eigentlich die Aufgabe, die wir hier machen? Ich muss gleich mal gucken. Vorräte, verbrannte Erde und Vorräte sind alles. Verbrannte Erde. Warum habe ich mir das nicht vorher aufgeschrieben, bevor die Aufnahme anfängt? Meine Güte. Manchmal frage ich mich auch, wie verpeilt bin ich eigentlich? Das weiß ich doch nicht. Ist doch real. Bei 20 Minuten kommt auch ein paar Sekunden. Schreib Kram nicht drauf an. Rennt da weiter, oder? Ja, nur dann. Sieg nicht. Alter, was ist denn hier los? Es sind ja richtig viele Leute. Hm. Und alle sind Ims. Was kannst du denn auch nehmen, da? Hm, ich hab dich schon beobachtet. Mit Eurial sind Ims. Da bin ich Schwein, wisst du. Ach so. Wenn ich hier keine 2 cm, du. Für mich sind es auch nur andere Spiele. Ich bin da neutral. Die wollen ja genauso dennoch ihren Spielspaß haben. Auch wenn es halt Ims sind. Ja, ist richtig aber. Die würden uns das auch wegnehmen. Bestimmt. Also wie es aussieht, müssen die das gar nicht, ja. Oh, ich bin ein Level abgewiesen. Oh. Wann ist das denn passiert? Keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal die Mardi hier. Gut. So, gerade rennen. Was sollen wir denn hier eigentlich noch machen? Mal Minenausrüstung zerstören? Hm. Dann machen wir das doch. Hm. Hm. Dein Lichter. Soll ich mal auf dich warten? Nö, nö, mach ruhig weiter. Okay. Hat mitgezählt gerade. Hat aber so viel geschrieben. Ah. Bei 20 Minuten, wisst ihr. Hm. Stirb, du Sau. Oh Gott. Ich muss mich heilen. Na, hast du auch ein bisschen gebrannt, ja? Hm, minimal. Hast du wieder ein Branding abgekriegt? Bestimmt. Ein Molotow-Cocktail direkt hinter Gesicht. Meine Güte. Eine wahre Schönheit kann ja nichts entstellen. Nee. Die kommt ja von innen. Hm. Kotze auch. Ja. Die Därme auch und, äh, ja. Alles da noch aus denen raus fließt. Quält. Wem spielt denn Kors oder noch, sagen wir mal? Warte mal, die... Was müssen wir denn hier eigentlich machen? Wir müssen immer hier um die Ecke. Okay. Und dann den anderen. Auf die andere Seite des Raumes. Ist aber unhöflich, wenn die uns hier explodieren lassen. Ja. Warum? Och, ich hab den doch gerade... Mann. Ich sag ja, die explodieren, ja. Die spinnen wohl. Ich muss mehr auf euch aufpassen. Ja, Mutti. Du schießt doch mal, Mensch. Jauer. Ja, okay. Hi. Du schießt doch mal, Diego! Das ist doch wild, willst du es planen. Dieögulation hat sich fertig. Es geht gar nicht rein. Hier bin ich. Hier bin ich voll. Verkauf es dich. da ist noch was zum bluten warum hast du das ja nicht mitgenommen ich habe da schon was aufgesammelt ja man ich habe hier auch jede menge zum aufsammeln was zum plündern plün ja das auch immer nur plün plün und tünnev lederhose an ist ein bayer und jemini hat er gesagt diese einrichtung muss zum wohl der republik zerstört werden um Untertitelung des ZDF, 2020 Die Imperiale Armee wird jeden Moment hier sein. Geht lieber Entdeckung, bevor sie kommen. Ob es die auch als Haustier gibt? Obwohl, das wäre irgendwie schon wieder makaber, die als Haustier zu halten. Nee, nee. Wieso was noch makaberer wäre, die als Reittier zu haben? Das ist wie Wuden schießen hier. Ja. Oh, da kommen noch welche. Hinter uns. Oh, kicken wir mit der Eisenstange, gehen sie drauf los. Mhm. Oh, okay. Oh. 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 Das war's für heute. Ich bin sicher, dass Major Vincent froh sein wird, das zu hören. Hast du da gerade eine Nachricht abgehört? Ich habe mich verraten, ja, ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen, wo man eine Nachricht abhören kann, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Hat man das gleich wieder gehört, ey, meine Fresse. Na, was nicht, aber so... Das, was war. Das da, was war, ja. Ja, mir ist mein Handy ein bisschen aus der Hand gerutscht und dann bin ich mit dem fetten Wurstfinger aufs Display gekommen und habe dabei genau da drauf gedrückt. Das machst du also während der ich spreche. Mit dem Handy rumspielen. Nicht immer. Manchmal esse ich auch Weintrauben oder ich gehne oder ich schaue aus dem Fenster. Oder manchmal verfolge ich auch das Spiel. Das ist ganz unterschiedlich. War das letztere Erwin, ja. Warte mal, wir müssen doch hier noch eine... Nö, nö, wir laufen richtig. Wir laufen richtig. Boah, ich ist gerade in einem Tarn und lagierend. Der ist genau neben mir. Mit diesem Tarn-Dingens da. Ich weiß gar nicht, was das heißt, wo man nur die Silhouette sieht. Wir sind schon wieder Schlachtnern ohne Ende. So, jetzt müssen wir die Mineausrüstungen zerstören. Sieht man die gleich auf Anhieb? Da, guck mal, da hat er, dieser Planierraupe da. Leuchtet was blau. Ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 gut erzählt wenigstens für uns bäde ist das nur hier oder überall überall na gut jetzt hier weiter rein gehen ja schon tot auch hier ein Streiter da dahinter ist auch einer ok zu spät das habe ich nicht aufgepasst willst du mal platzieren komm ich hier überhaupt hoch aber ich war schon oben dieses spiel und hüpfen da was überkloppt auch mein internet ja jetzt geht es wieder ich würde vorschlagen richtung ausgang da eine sein könnte na kommt so oder nicht jetzt was blau ist genau brauchen kann ist er noch da ja wo du stehst du warst eben gerade hinter mir und dann stehst du schon an dem Typen und kämpfst mit dem dein Internet da ist er auch nicht ist doch das auch verhext na, ob wir hier draußen überhaupt was tun na, du stehst doch nicht hier rum ja, hier ja wir müssen bestimmt gleich wieder rin mh siegeaufseher das weißen Schlunz jo stehst du da noch oder läufst du schon ich versuch gerade da reinzulaufen aber man lässt mich hier nicht durch ah, jetzt steht sie da in der Ecke ach so hier sammelt er was auf doch, jetzt steht sie da in der Ecke weil das Internet dazu will also wenn Roboter lachen, ist auch komisch ey, das ist gerade wieder richtig extrem ach man wir sind bei 16 Minuten falls da da kommt der alte Droide gerade her kommt da bestimmt da hinten wieder vor jetzt, ja ich will looten ich kann nicht looten dann loote ich halt nicht maaaann ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss 17 Minuten ja ich verstehe ich verstehe nie ein Wort hier die Aufnahme musst du dir immer bei mir anhören äh, ja tschüss tschau